Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von M&M Sports. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde uns natürlich sehr freuen. Heute wollen wir über den Newcomer Dominik Slobosley sprechen, der seit Jänner 2021 bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Ja Dominik Slobosley, der 20-jährige Ungar, hat derzeit einen Marktwert von 25 Millionen. Sobosley ist ja beim FC Videoton ausgebildet worden und im März 2017 nach Red Bull Salzburg gewechselt in die U18 Mannschaft. In der Saison 2017-18 ist er für den FC Liefering, also die zweite Mannschaft des Red Bull Clubs, aufgelaufen. Und 2018 bis 2020 ist er für den FC Red Bull Salzburg aufgelaufen, hat unglaubliche 30 Scorer-Punkte gesammelt, unter anderem auch in der Champions League und in der österreichischen Bundesliga. 56 Spiele hat er absolviert und davon 16 Tore geschossen. Man konnte in dieser kurzen Zeit, die er bei Red Bull Salzburg war, so vorsehen, was für eine Qualität er hat. Er hatte auch die österreichische Meisterschaft geholt. Sobosley wusste auf jeden Fall zu überzeugen bei Red Bull Salzburg mit einer tollen Leistung, mit wahnsinnigen Tore. Und dadurch wurden natürlich sehr viele Klubs auf ihn aufmerksam. Ja, und letztendlich hat im Jänner 2021 der RB Leipzig zugeschlagen. 20 Millionen haben sie für ihn bezahlt. Bei RB Leipzig hat er einen Vertrag bis 2025 erhalten. Der wurde aber im März bereits um ein weiteres Jahr verlängert bis 2026, weil man erkannte, was für ein großartiger Spieler er sein kann. Ja, und seine spielerischen Qualitäten hat auch Ungarn die Nationalmannschaft ganz schnell erkannt. Er machte sein Debüt im März 2019 gegen Kroatien. In zwölf Spielen erzielte er drei Tore. Besonders hervorzuheben ist das EM-Playoffspiel. Da erzielte er gegen Island im November 2020 das entscheidende Tor in der Verlängerung. Mit diesem Tor haben sie sich auch für die Europameisterschaft qualifiziert. Er konnte bei der Europameisterschaft nicht teilnehmen wegen einer Verletzung, was natürlich sehr schade war. Trotzdem hatte er ein sehr erfolgreiches Jahr 2020. Er wurde zum besten Bundesligaspieler in Österreich 2020 ausgezeichnet und wurde auch in Ungarn Sportler des Jahres 2020 gewählt. Ja, 2020 war ein wirklich erfolgreiches Jahr für Sobosley. Schade nur, dass er am Ende des Jahres ausgefallen ist durch eine Adduktorenverletzung, bevor er zu RB Leipzig gewechselt ist. Jetzt hat Sobosley nach einer siebenmonatigen Verletzungspause sein Startelfdebüt gegeben in der Bundesliga gegen Stuttgart. Und man konnte sofort seine tollen Qualitäten als Spieler sehen. Sobosley hat rechts im Mittelfeld bzw. am Flügel gespielt. Er kann aber auch links im Flügel spielen. Er ist ein sehr variabler, flexibler Spieler. Ein toller Spielmacher mit einer tollen Übersicht. Ein sehr technisch starker Spieler. Und vor allem seine größte Stärke, seine tolle Schussqualität. Ja, und gegen Stuttgart zeigt er auch gleich seine Stärke. Er machte zwei traumhafte Tore aus weiter Entfernung. Und Jessel Marsch sagte auch nach dem Spiel, dass RB Leipzig noch nie so einen Spieler mit solchen technischen Qualitäten gehabt hat. Und ich glaube auch, dass Dominik Sobosley eine große Zukunft bei RB Leipzig haben wird. So, das war es mit diesem Video über Dominik Sobosley, der Newcomer von RB Leipzig. Wenn euch das neue Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Und hiermit sagt M&M Sports wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.